So let alone, wir sind wieder da, wir sind wieder in Division, Ending ist da, Funggamer ist da, das kann der Leihmann werden. Ja? Da sind's. Oh doch, den Scheißneighbors sieht man nicht, Alter. Ich mach zwar nur immer so 500-600 Schaden, aber trotzdem, rotz ich damit immer 2-3 Leute weg. Ops, sorry. Oh shit. Oh shit, ja. Stop this! We did it here! We did it. We did it! We did it! I didn't know her... Just make me do it! No, we're gonna hit... so da ist munition ist vor einem gegenstand gelegen so weiter zum kampf so gib mir meine ja wenn ich schon da bin jetzt hab ich geschaut ob das vorsicht vorsicht die zentrale hier bei der 53 west gestellt so wo kommt sie ok von da auch da ist ein sniper da ist auch einer das tut weh so so Warnung! Feindkräfte nähern sich! Oh, Sniper, pass auf! Shit, muss nachladen! Oh, Sniper! Gute Nacht! Nice! So, Nebeneinsatz da unten! Gute Nacht! Jawohl! Kopfgeld! Wir sind Ghosts, die in Division springen, wir können alles! Hi, Schatz, hier ist Mama! Ja, ich wollte nur sagen, dass wir im Taxi sitzen und auf dem Weg in die Stadt sind. Ich weiß, wir wollten nicht kommen, aber dein Vater hat ein preiswertes Hotel gefunden. Und wir wollten nicht beide sehen, wo jetzt so viel los ist. Ja, der Verkehr ist wie üblich ein Albtraum, aber aus der Stadt raus ist er viel schlimmer. An einem Dienstag. Ist das nicht komisch? Ruf uns zurück, wenn du das abgehört hast. Wir sehen uns bald! Bis dann! Bis dann! Nichts! Wir sehen uns bald! Wir sehen uns bald! Ja! Wir. Ja! Oh, scheiße. was wirfst du da immer hin das ist so stark was das mit den flammen an geschütz papa zwei snapper oh shit Oh Kannst du den Kopf herüberwerfen? Danke Warte, wieso kann ich jetzt nicht in Deckung gehen? Der Sniper machen muss ich sagen Warte Warte Denkst du sie ab, ich kann mich draufschleichen Zusammen führt ihr euch stark, was? So Oh shit 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 Raus hier Unten? Ja Ja Ich zieh mich wieder ein bisschen zurück Alle sind da Okay Das heißt ich kann eigentlich Mit den Arsch retten Kommt's klar ? Komms klar ? So hat das Feuer auf mich zung Das hier ist ja nicht nur er, sind die anderen auch. Oh das ist heftig. Oh ich hab kein Medikett mehr, oh mein Gott, oh mein Gott. Weiß ich nicht. Ist nun mal nachher Dach? Weiß ich nicht. Oh mein Gott. Hey versteckt ihr euch von mir? Oh mein Gott, jetzt kommt er zu mir. Ja. Oh shit. Oh. Oh. Koffer weg. Oder renn einfach, renn einfach. Oh shit. Nein, Koffer weg. Bin tot. Sorry. Alter, ich kann mich da nicht ganz in Deckung haben. Der war nicht gut geworfen. Ich war draußen, nicht drin. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ich muss das jetzt extra langsam machen. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ja du warst das jetzt? Ja, waren die ganze Zeit schon da. In der Hinten an dem Tabakladen die Lotteriescheine aus der Tasche geklaut. Ich geh jetzt in die Base? Jep. Was ist in die richtige Base oder? Nein, Munition auffüllen und so. Sachen weg. Irgendeine. Ja, ich würde aber sagen, das werden wir euch nicht mehr antun. Genau. In der nächsten Folge seht ihr dann den großen Einsatz und dann haben wir die linke Seite der Dark Zone schon gemacht. Achso, das ist nur abholen. Bis dann. Haut rein. Haut rein. Ciao. Ciao, Baba.